Prasarita Pada Shalabhasana ist die Heuschrecke mit Beinen auseinander. Eine Variation von Shalabhasana, die Heuschrecke. Auf der Bauchlage gib die Arme unter den Körper, gib die Beine etwas auseinander und hebe die Beine hoch. Du kannst aber unterschiedlich weit die Beine auseinander geben. Wenn du die Beine weit auseinander hast, wirst du merken, da werden andere Gesäßmuskeln genutzt, als wenn du die Beine vielleicht nur 50 Zentimeter weit auseinander hast. Und das sind wieder andere Rückenmuskeln, als wenn du die Füße ganz zusammentust. Es gibt ja oft die Frage, soll man in der Heuschrecke die Füße zusammenlassen oder auseinander? Ich habe dort eine klare Meinung. Es ist gut, manchmal die Füße zusammenzulassen, manchmal sie etwas auseinander zu geben und manchmal weiter auseinander. So hast du nämlich die verschiedensten Gesäßmuskeln und auch die verschiedensten Lendenmuskeln mit integriert. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020